Norddeutscher Rundfunk 2021 In der Manzi-Loch ist eigentlich Auerhand passiert und gegangen. Was man alles gehört hat. Hier macht hier jeder Angst, mit dem Anzi-Loch. Keiner hat den Mut, hinunterzugehen und zu schauen, was wirklich wahr ist. Wer dort hinuntergeht, kommt mit dem Anzi-Loch. Er kommt mit einem geschwollenen Kopf zurück oder wird sogar ein Geist. Die Musik von der Anzi-Loch ist in der Anzi-Loch. Er ist in der Anzi-Loch. Es ist das andere da. Es braucht ein bisschen Fantasie. Ja, so vergas kann jeder sein. Jo-lo-lo-lo-lo, jo-lo-lo-lo, jo-lo-lo-lo-lo, jo-lo-lo-lo-lo-lo, jo-lo-lo-lo-lo-lo. Jo-lo-lo-lo, jo-lo-lo-lo-lo-lo. Ich weiss nicht, ob ich das glauben kann oder nicht. Möglich ist alles. Jo-lo-lo-lo-lo.